Welche Treppen soll ich denn eigentlich nehmen? Helle Treppen würden sich ja eigentlich anbieten, aber finde ich dann blöder, die ja dort schon haben. Sag mal dunkle, dunkle? Doch, nehm mal dunkle. Soll ja alles Farbkombi, bunter Mix aus allen Farben, die uns zur Verfügung stehen, von daher ist das nicht ganz so kritisch. Äh, aber, aber wie mach ich denn das? Äh, ich muss das eigentlich mit Erde machen, ne? Nun war ich hier. Oder? Ne, pass mal auf, ich setz mal erstmal, ich muss erstmal gucken, ich muss erstmal den Dachstuhl für, Hilfe, für außen überall setzen. Das mach ich jetzt nochmal. So. So. Hä? Ah. Leute, die Nummer mit den Treppen ist natürlich schon ganz blöd. Danke. Muss ich dann jetzt ran machen. Unten? Ah, unten muss ich ansetzen, alles klar. So, so. So und so. Habe ich denn dunkle Slaps? Ja, habe ich auch. Nur acht Stück, aber will mal hin. Das heißt nix. So. Oh, nicht wahr, ne? Ey, Leute. Oh, jetzt, der kommt wieder her. Oh, Mann, 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 ey, blöden Linger hier. So. Dann hole ich mir das wieder und dann möchte ich jetzt doch gerne hoch. Bam, 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 bam. Das ist die Chaosmusik, ne? Oder was anderes? Das ist so viel. Entsponte und ein bisschen und ein wenig jessiger. So, unterer Block. So, fertig. Hehe. So. Hier, hier. Oh, Leute. Ich krieg doch hier gleich ein Rad ab. Ach, diese Treppen, das ist echt Katastrophe eigentlich. So, die muss ich... Was soll das jetzt? Da müssen wir noch erinnern, dass ich die Treppe unten wieder abbaue. So. 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 Hehe. Besonders vorsichtig hier gerade. Na. Hä? Hä? Äh. Hilfe. Ach, vielleicht war das Heißslapseln. Kann das sein, dass es deshalb schwieriger ist hier? Wäre das möglich? Aber eigentlich wird es doch als ganzer Block gezählt, oder? Warte, warte. Ja, eigentlich wird es als ganzer Block gezählt. Hm. Komisch. Naja. So, hier, 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 da, da. So, das haben wir. Dann hier weiter. Hier. Und hier, und hier, und hier, und hier, und hier. Und das ist gerade unglaublich spannend. Ich kann es mir denken. Und das Spannendste, was manche von euch in ihrem Leben bislang getan haben, hier zuzuschauen, wie ich Treppen setze, beziehungsweise ein Dach. Hehe. Oh, je, oh, je, oh, je. Mein Gott, ich glaube, ich würde mir das jetzt mal selber anschauen. So. Jetzt sagt mir nicht, die Treppe ist falsch rum. Die ist richtig rum. Mein Gott, ey. Mein Gott, ich spiele hier sowieso ein bisschen. Ähm, so. Und jetzt kommen natürlich hier oben Treppen drauf. Das sollte eigentlich jetzt kein großes Problem mehr sein. Hoffe ich jedenfalls. Wäre jetzt sehr, sehr blöd, wenn es noch eins wäre. So. Ich kann aber an alle Enden obendrauf schließlich schon mal Treppen setzen. So. So. Genau, jetzt. Äh, 5, 3, immer mal. Oh, super. 1, 2, 3, 4, 5. So, das war's im Let's Play. Wir sehen uns dann wieder in Staffel 3. Ne. Äh, vor allem Staffel 3. Äh, ne. Natürlich nicht. So, jetzt muss ich hier aber erst mal schauen. Obwohl, hinten und vorne muss ja eigentlich was sein. Das heißt, ich darf eigentlich nur die Seiten mit Erde auskleistern. So. Vor allem und hinten muss dann wirklich was sitzen. Äh, dann brauche ich jetzt so. Habe ich dunkles Holz? Ja, ich habe noch dunkles Holz. Okay. So, dann mache ich mir mal noch einige Treppen. Mann, ich glaube, das wird nicht reichen mit einem Stack, ne? Äh, ich glaube, das wird nicht reichen. Oh, nein. Mann, wieso mache ich immer Slaps? Äh. Dass mir sowas auch immer erst viel zu spät einfällt, das ist echt, äh, total Banane. Ach, Mann. Äh. Wieder zurücklaufen, ey. So ein Schund. Na ja, na ja. Latschenwald wieder zurück. Welcome back in the, in the bad things of life. So. Jumping! No, hier haben wir natürlich alles am Brot zählen. Hier haben wir auch ein paar Eier. Du, 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 du. Äh, pepepepepepepepepepe. Dunkles Holz, dunkles Holz. Schön, dass wir wenigstens hier ein 64-Stack haben. Das hätten wir auch gerne in der Tasche gehabt. Mann. Naja. Was soll man tun, was soll man tun? Du, 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 du. So, und latschen wir mal und laufen wir mal hier. Ähm, hier würde ich jetzt gerne hoch und... Mach ich das dann. Aber ich brauche natürlich erst nach Treppen, ist klar. Jetzt einfach hoch gehen in die Treppen. Das wäre... Würde ich bestimmt machen, aber wäre jetzt irgendwie unschlau. Ein bisschen, ein wenig. Obwohl... Bei mir wäre es schon wieder viel zu intelligent. Ähm. So. Kommt zu Papa. Danke. Äh... Pepepepepepepepepepe. Hier hoch. Richtig, richtig, richtig. Und dann... Bäh, Lavabecken. Und dann... Slaps haben wir jetzt Gott sei Dank genug. Ha, 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 ha. Äh. Nehmen wir nochmal halt da die Treppen. Das muss ja jetzt eigentlich ein bisschen besser laufen. So. Also noch. Noch besser laufen. Wirklich noch. Äh, so. Huch. So, so. So, so. Äh, und dann brauche ich jetzt hier... Einen Erdklumpen und jetzt brauche ich einen Slap. Guck mal, ja, da braucht man Slaps und dann hat man sie nicht. Aber ich lege auch immer genau das weg, was ich brauche. Hä? Oh, das hätt ich schon wieder für eine... Oh, ey. Kann mir bitte einer mal erklären, woran diese blöden Texturfehler liegen? Die manchmal auftauchen, die hatten wir ja schon mal irgendwo. Wo der dann auf einmal Texturen abgebildet hat, wo gar kein Block ist. Kennt sich da jemand aus und wäre so freundlich, mir das zu erklären, warum mein Minecraft so blöd ist? Da wäre ich wirklich sehr dankbar für. So. Hier noch ein Slap, das kann weg. Guck, das ist richtig. Und dann jetzt... Ah, ah. Jetzt hier ran. Hier ran. Da einmal. Und da wieder. Und da wieder. Ah. Ich kann das überhaupt nicht leiden mit den Treppen. Wenn ich überlege, ich will ein ganzes Dorf bauen, dann glaubst du, wie viele Dächer ich da noch basteln muss, ey. Yippie, ja, ja. Ja. Der war jetzt absolut richtig. Das sollte so sein. Ich wollte einfach nur nochmal demonstrieren, wie schön es ist, Treppen abzubauen. Und wie blöd ich eigentlich sein kann. So. Oh, Junge, Junge. So. Hey, hier noch gern Erdblock. Das hätt ich gern und dann kommt der weg. So, den ziehen wir jetzt auch durch. So. Und dann da, hier. Na, da. Jumping. So, jetzt muss ich das gleiche natürlich hier... Nee, oder? Nee, da hab ich noch eine Treppe. Hier kommt noch eine Treppe ran. So. Und jetzt kommen das Slaps drauf. So. So. Das wird dann übrigens auch das einzige Haus mit so einem Dachstuhl sein. So viel kann ich ja schon verraten. So, also das wird wirklich ein einfaches Dorf. Jetzt kein komplexes mit Bauten, an denen mal 30 Folgen sitzen würde oder sowas. Äh, das, äh... Finde ich schlicht und ergreifend einfach unpassend. So, aber die Dinger hier müssen definitiv weg. Ich wollte die eigentlich genau daraus basteln. Und ich brauche eine Schaufel. Ich brauche noch eine Schaufel. War es ehrlich? Nee, eine zweite hab ich noch gut. So, denn das hier kommt... Ach, nee. Dann muss ich ja dort dann... Oh, Mann, Mann. Na ja, gut. So, hier bis hierhin muss ich weg. Und eigentlich kann die ganze Erde jetzt weg, ne? Ich wollte ja nur so einen... Als Ansatz haben, genau. So, eigentlich kann die ganze Erde jetzt weg. Don't go, don't go, don't go. Gebt mir die Erde. Gebt mir die Erde. So. So, du, 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 du. Dann haben wir jetzt nämlich hier die Wände. Und dann müssen wir jetzt quasi die Wände nur noch, also den Boden dort ausfüllen. Und haben dann mehr oder weniger links und rechts, finde ich, noch Stellplatz. Denn unten, also hier drunter soll dann das Büro des Bürgermeisters sein. Und hier oben soll sowas wie ein Stadtarchiv hin. Also hatte ich mir jetzt jedenfalls so gedacht. Und, äh, ich finde das ehrlich gesagt ziemlich cool. Geht das? Ach, das geht, Gott sei Dank. Und, äh, ja, ich hoffe, dass ihr das... Dass ihr der ganzen Sache auch relativ gut gegenübersteht. So, dann bauen wir hier nochmal mit Slaps dicht. So, obwohl ich glaube, ich kann auf Slaps aber keine Dings draufsetzen, ne? Keine Kisten, oder? Obwohl es ja eigentlich, äh, Oberseite eines Blockes. Dann müsste das gehen. Ich kann's gleich ausprobieren. Ich hab ja noch eine Kiste mit. So, puh, ich muss sagen, dieses blöde Radhaus ist ziemlich komplex. So, kann ich denn darauf Kisten jetzt platzieren? Ja, kann ich ohne weiteres, sehr schön. Komm her, komm, ich hab, komm, komm, klein Kisti, so. Äh, ich hätte gerne hier nochmal eine Fackel, damit ich ein bisschen was sehe, oder ihr auch. Ja, schön, wenn man gar keine Fackeln hat. Dafür mal Kohle. So, machen wir uns gleich mal ein paar Stück. 60, 64. Naja, Mann, so. Dann hier mal, hier mal, hier mal, hier mal. So, und sehe ich das nicht besser. Ich muss die Hinterretage quasi komplett zumachen. Dafür würde ich dann das Fichtenholz verwenden. So, so. Und dann hier jetzt einmal ringsrum. So, und das gleiche auf der anderen Seite. Plop, 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 plop. Gut, da hätten wir jetzt hier quasi den Anfang vom Archiv. So, dann hätten wir jetzt hier selbstverständlich die Wände rausgehoben. So. Und die möchte ich gerne mit Cobblestone. Eins, zwei. Wie weiß man, erstmal zwei. Um so einen, ich sag, ich nenn's mal Ausblick zu haben. Eins, zwei, eins, zwei. So, dann kommt natürlich die untere Reihe auch noch voll. Jump, lauf. So. Ähm. Gut, das wird dann hier wahrscheinlich eher doch ein Pyrrhafenster. Dann wird das. So. Dann würde ich sagen, kann ich hier sogar schon dicht machen, ne? Ist das? Ja, das ist gut. So. Dann wird hier dicht gemacht. Ja, schön, traumhaft. Und dann können wir hier jetzt schön bequem quasi zubauen, ne? Ja. So. So. Und. Da noch. Und dann hier jetzt natürlich einfach oben drauf. Da kommt dann jetzt noch, ähm. Da kommen dann jetzt noch die Treppen drauf. Deshalb wollte ich auch die Erde haben. Ich wollte die Erde hier, äh, verpflanzen. Also ver... Ja, doch, verpflanzen. Hehehe. So. Verbauen. Ich nenn's verbauen. Ich wollte die Erde verbauen. So. Verpflanzen, ja. Als ob Erde eine Pflanze wäre. Na, wo? Wissenschaftler sind sich nicht ganz einig. Denfalls nicht die Wissenschaftler meiner Universität. Ähm. Gut. Genug vom Halbwissen. Äh, jetzt muss ich doch. Muss ich doch, muss ich doch. Genau, hier einmal wieder außenrum. Zack. So. Jetzt sagt mir nicht... Oh. Oh. Freunde, Freunde, ich hasse die Treppen. Wisst ihr das? Ich würde mir überlegen, ob ich auch einen Anti-Treppen-Club gründe. Ganz ehrlich. Bietet sich gerade so wunderschön an hier. Hehehe. Ja, hier kann ich natürlich jetzt nicht basteln, so. Ähm. Entschuldigung. So. Komm ich da auch... Ja, da komm ich auch rum. So, 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 so. So, so, so. Hä? Obwohl die... Ach, das ist ein Texturfehler. Gut. Jetzt haben wir es wieder. Wie gesagt, erklärt mir diesen... Erklärt mir, warum ich die blöde Treppen baue. Und erklärt mir auch noch, wieso ich diese Textur... Texturenfehler... Das war jetzt meine Schuld. Aber wieso ich generell die Texturenfehler bekomme. Und übrigens habe ich gerade irgendein Schwein gehört. Wie soll ich ein Schwein? Hä? Okay. Vergessen wir, dass es Schweine gibt. So. Ich mache mal noch hier. Genau, dann muss ich jetzt oben drauf. Äh, da, 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 da. Mal hier. So, richtig. Dann kommt hier jetzt wieder was hin. Hier jetzt wieder was hin. Wie? Nein. Och nein. Aber ich will jetzt nicht runter. Nee, ich verlege zuerst die Treppen. Aber jetzt ehrlich, ist so gar kein Lust, wieder runter zu latschen. Was soll das? Ach, Textronfeder, super. So. Hier kommt ein Dingens hin. Ein Slap. Hier auch. Und hier wird dort wieder so gemacht. Oder auch nicht. Habe ich jetzt auch keine... Alter, ich habe ja gar nichts mehr. Na gut, dann wieder runter. Zock, zock, zock. Plum, plum, plum. Und dann. Wollen wir mal schauen, wie sieht es aus? Naja, doch. Für ein Rathaus. Vielleicht ein bisschen klein, ne? Ich glaube, ich mache vielleicht da doch mal über die Richtung. Und dann so nur diese oberen Fenster. Die gibt es ja auf Dachböen. Also jetzt hier im Real Life auch. Ich glaube, ich mache das eher auf Dachböen. Ist vielleicht besser. Äh, aber ich wollte zuerst Treppen. Noch ein paar machen. Ich glaube, wir haben gar kein Fichtenholz dann mehr. Warten wir auch. Wir müssen auch ein bisschen was schlagen gehen. So. Und hier nochmal ein bisschen. Ja, und das kann mir sparen. Obwohl, daraus kann ich jetzt eigentlich... Wie haben wir jetzt? Sechs Slaps? Ja, ist ein bisschen wenig. Das sind jetzt immer sechs. Das waren doch früher immer nur drei. Ah. Haben sie auch erhöht die Zahl. Ah, finde ich schön. Finde ich wirklich sehr schön. So, dann hangeln wir uns mal jetzt hier wieder hoch. Und dann... Natürlich... Hier wieder hoch. Und dann... Hier haben wir schon Slap, Treppe, Treppe, Treppe. Slaps hätte ich gerne auf Tasche. So, so. Und dann war da hinten auch noch einer. Oder, oder, oder? Ne, doch nicht. Okay. So, und das hier wird jetzt nämlich erst mal mit Erde ausgefüllt. Denn, wieso? Auch nicht. Und da kommen jetzt... Oh, Mann. Zehn Slaps. Reicht natürlich nicht. Oh, jetzt müssen wir wieder runterlaufen wegen Slaps. Ah, Mann, oh. Mensch, Dome, denk doch mal mit. Mann. Du bist echt hohl. Ja, ja, ich weiß halt, wie klappt es. So. Wie viele brauchen wir noch? Vier Stück, ne? Komm, wir machen jetzt trotzdem nochmal zwölf. Einfach aus Prinzip. Damit ich jetzt mehr habe als sonst. So. Einfach aus Prinzip. So, 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 okay. Und jetzt. Zock, 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 zock. Rift mit Höhe. Zack, zack. So, damit haben wir jetzt das Dach fertig. Richtig. Kontrollgang. Machen wir einen Kontrollgang. Texturenfehler. Jo, Texturenfehler. Und ansonsten ist alles gut. Abgesehen davon, dass ich jetzt hier eben... Dachfenster reinmachen möchte. Ja, da muss ich ja raus. Wann soll ich das von außen? Kein Cobblestone mehr? Was? Äh, zack jetzt. Ich hab ehrlich kein Cobblestone mehr. Kann ich ja nicht glauben, ey. Wann habe ich bitte mal Cobblestone-Mangel? Das ist jetzt schon wirklich sehr, sehr seltsam. Aber na gut. Ich mach das mal trotzdem schon. Dann, wenn ich oben anfange, hier das auszubauen, weiß ich einfach, dass da noch ein Cobblestone reinkommt. Sollte ich ja eigentlich sehen. Da wohl immer meine Intelligenz los tust. Aber naja. Ähm. Wir haben noch helle Treppen. Ja, komm. Nehmen wir das Rad aus. Helle Treppen. Ist doch alles. Kein Problem. Und dann kommen hier hinten natürlich noch zwei Leitern. Dementsprechend dann später nach oben. Und dann immer noch in das... Au. Ach so. Okay. Das geht da nicht. Äh. Okay. Das funktioniert hier nicht so. Fünf. Da mach ich aber sechs. Äh. Dann mach ich das mal... Ja. Stimmt. Aber das geht hier nicht. Dann mach ich das mal so. Komm ich denn hier dann raus? Ja. Okay. Komm ich raus. Gut. Dann klappt das hier. Es ist das natürlich ein bisschen blöd. Hm. Kann ich da vielleicht irgendwas mit den Treppen? So als... Kann man das als Regale durchgehen lassen? Eigentlich schon, oder? Hm. Doch. Ich lass es mal jetzt als Regale durchgehen. Naja. Das... Obwohl. Schau mal. Ein kleines Regal. Zwei große. Ein kleines... Doch. Ich lass das mal als Regale durchgehen. So. Okay. Das war falsch. Jetzt habe ich unten das große Regal. Das will ich aber nicht oben. Das will ich oben. Ähm. Na. Komm ran. So. Ah. Ich und die Treppensetzung. Ich bin ne Feind. Höh. So. Jetzt haben wir oben da... Ja. Doch, 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 doch. Das kann man... Das kann man gelten lassen. Höhöhöhöh. So. Hätte ich jetzt gerne noch zwei Türen. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Türen kann man selbstverständlich nicht stacken. Oh, ich bin so dämlich. Komm, noch eine Tür brauche ich. So. Schön, dass wir das haben. Lauf. Und dann. Türe. Türe. So. Da fehlt natürlich noch Glas. Innen drinne. Ist klar. Der Jens vergessen. So, 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 so. Und so, 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 so. Und so. Und so. Gut. Dann haben wir jetzt eigentlich wieder einen Rohbau abgeschlossen. Der wirkliche Rohbau des Rathauses. Ja, doch, finde ich eigentlich ganz okay. Ich meine, man sieht ja, es ist das einzige Haus, das wird damit sein. Von daher denke ich, als Rathaus wird es sich abheben können. Und ansonsten. Doch, ich finde es eigentlich ganz gut, wenn da der Bürgermeister noch drin sitzt, der Kleine. Und dann kriegen wir das alles noch ganz gut über die Bühne. So. Dann. Wie lange nehmen wir auf? Gut. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich mal jetzt wieder für diese Aufnahme. Was haben wir geschafft? Wir haben das Haus fertig gebaut und das Haus gebaut. Joa, eigentlich ganz okay. Ich habe gesagt, das wird jetzt demnächst auch alles ein bisschen länger dauern. Ist halt leider so eine Sache. Aber kriegen wir alles hin? Wird schon alles gut gehen? Und ich sage dann mal wieder, wie immer, vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Aufnahme bei Minecraft, wenn wir an unserem Dorf weiterbasteln. Was wir hoffentlich in angemessener Zeit auch wirklich langsam schneller hinbekommen. Also, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme. Tschüss, macht's gut.